Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 30. Juli 2023 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Zum Wochenabschluss ein paar Worte zur Situation an der Dniprofront. Auch heute bleibt es weitestgehend ruhig. Es werden Artillerieduelle an mehreren Abschnitten gemeldet, schwerpunktmäßig in den Regionen Kherson, Kozatschilaheri und Bereslav. Vereinzelt kommt es zu unbedeutenden Gefechten im Dnipro-Delta. Im Großen und Ganzen aber keine wesentlichen Geschehnisse an diesem Frontabschnitt. In der vergangenen Nacht hatte die russische Seite die Regionen Kherson und Dnipro mit Schachid-136 Kamikaze-Drohnen angegriffen. Laut dem ukrainischen Generalstab wurden 4 von 4 solcher Drohnen abgefangen. Informationen über beschädigte Objekte haben wir nicht. Laut dem russischen Verteidigungsministerium hatte die Ukraine in der vergangenen Nacht die Halbinsel Krim mit 25 Drohnen angegriffen. Von diesen 25 wurden angeblich 9 mittels radioelektronischer Abwehr zu Boden gebracht. Die verbleibenden 16 wurden von der Luftabwehr abgeschossen. Auch hier haben wir keine weiteren Informationen bezüglich des Vorfalls. Damit springen wir direkt an die Saporizia-Frontlinie. Langsam aber sicher wird die Ukraine an diesem Abschnitt wieder aktiver, nachdem es in den vergangenen zwei Tagen geregnet hat. Heute wird verstärkt ukrainische Aufklärungsaktivität registriert. Laut einem russischen Militärblogger wurde heute sogar von zwei motorisierten Zügen der ukrainischen Streitkraft ein Angriff durchgeführt, und zwar in Richtung des Dorfes Robotene. Dieser Angriff wurde angeblich abgewertet. Die Situation hat sich dort tatsächlich nicht verändert. Ein anderer russischer Militärblogger spricht von Vorbereitungen für weitere Sturmhandlungen. Positionen werden aktuell gewechselt. Auf beiden Seiten ist die Artillerie und Luftwaffe im Einsatz. Sehr wahrscheinlich erwarten uns schon in der kommenden Woche die nächsten groß angelegten Angriffe der ukrainischen Streitkraft. Zusammengefasst hat die Ukraine in dieser Woche an der gesamten südlichen Frontlinie von Lobkorwe-Kamenske bis in Richtung Wuchledar etwa 17 Quadratkilometer zurückerobert. Davon 5 Quadratkilometer am Abschnitt um Robotene. Ganze 30 Quadratkilometer rückten an der südlichen Frontlinie in die Graue Zone. Die Hälfte davon, also 15 Quadratkilometer, ebenfalls am Abschnitt um Robotene. Damit springen wir direkt an den zweiten aktiven Abschnitt der ukrainischen Offensive. Hingegen einiger vorläufiger russischer Aussagen. Am gestrigen Abend gelang es der russischen Streitkraft nicht, das Dorf Staromajorsky wieder einzunehmen. Gestern Abend hatte ich berichtet, dass die russische Streitkraft hier in einen größeren Gegenangriff übergegangen ist, mit dem Ziel, das Dorf Staromajorsky wieder vollständig einzunehmen. Der Angriff wurde von den ukrainischen Truppen abgewehrt und die Ukraine behält damit die Kontrolle über das Dorf. Laut mehreren russischen Militärbloggern verstärkte die Ukraine heute die Luftangriffe und die Aufklärung um Urozhaine. Allein bis heute Morgen wurden sieben Angriffe der Luftwaffe gemeldet, zudem intensive Artillerieangriffe, teilweise auch mit Streumunition. Laut eigenen Aussagen kann die russische Seite nicht vernünftig gegen Batteriefeuer führen, was die Situation in diesem Abschnitt erschwert. Zusammengefasst deutet alles darauf hin, dass die Ukraine heute Nacht bzw. morgen einen Sturmversuch bezüglich Urozhaine starten wird. Bis heute um 20.30 Uhr gab es solche Versuche nicht. Ein paar Kilometer östlicher wird ebenfalls seit längerem ukrainische Aktivität registriert. Das betrifft das Dorf Novodonezke. Am Anfang des Monats Juni hatte die ukrainische Streitkraft das Dorf kurzzeitig unter ihrer Kontrolle gehabt. Im Zuge eines erfolgreichen Gegenangriffs gelang es der russischen Streitkraft, die Ukraine zurückzuwerfen. Heute hat die Ukraine an diesem Abschnitt lokale Angriffe begonnen. Dabei versuchen sich ukrainische Trupps dem Dorf vom Osten zu nähern. Nähern sich teilweise auch der Straßenverbindung zwischen Kermentschik und Novodonezke. Mit einem potenziellen Fall des Dorfes Urozhaine würde sich auch die Situation in Novodonezke für die russische Seite verschlechtern. Das Dorf wird hauptsächlich über Kermentschiks darum Linivka versorgt. Für die russische Seite wäre es gegeben, dass daraus resultieren den Frontverlaufs schwierig, die Straße und damit das Dorf zu halten. Zum Zeitpunkt 20.30 Uhr kontrolliert die russische Seite aber weiter das Dorf. Ein russischer, Entschuldigung, ein ukrainischer Militärblogger berichtet, dass es der Ukraine gelang, die Straße zwischen Novodonezke und Kermentschik zu erreichen. Diese Information kann ich erstmal nicht bestätigen. Ich warte aktuell auf weitere Informationen. Bezüglich des Abschnitts wird es morgen definitiv nochmal ein Update geben. Der Vollständigkeit halber springen wir noch kurz an den Abschnitt um Prejutne. An diesem Abschnitt konnte die ukrainische Streitkraft ein kleines Stück Vorrücken und Neupositionen im Wald südlich des Waldstrichs hier einnehmen. Das geht durch die Auswertung einer russischen Drohnenaufnahme hervor, die den Artilleriebeschuss ukrainischer Positionen zeigt. Die Veränderung ist zwar unwesentlich, dennoch sehen wir, dass die ukrainische Streitkraft sich langsam dem Dorf nähert und hier vermutlich in den nächsten Tagen einen größeren Sturmversuch von Prejutne vorbereitet. Wir verlassen die südliche Donetsk-Frontlinie, springen an die westliche Donetsk-Front. In der Region Marienka kommt es weiter zu russischen Sturmversuchen mit lokalen ukrainischen Gegenangriffen. Keine der beiden Seiten kann hier irgendwelche Erfolge vorweisen. An der Trudowskaya-Mine kommt es weiter zu kämpfen. Der letzte Stand war, dass der nördliche Teil der Mine in die graue Zone übergegangen ist. Weitere Drohnenaufnahmen bestätigen Artillerieangriffe auf das Gelände der Mine. Seit dem letzten Update hat sich dort allerdings nichts geändert. Die russische Seite bleibt weiter zumindest unter Kontrolle des südlichen Teiles, während die Ukraine versucht, sich auf dem Gelände der Mine zu festigen. Soviel zum Abschnitt um Donetsk in der Region Avdivka bleibt es ebenfalls beim alten Standort weiter ohne Veränderung und vereinzelten Stellungskämpfen an der südlichen und an der nördlichen Flanke. Damit geht es an den Abschnitt. Mit Bachmut an der südlichen Flanke führt die Ukraine aktuell größere Rotations- und Umgruppierungsmaßnahmen durch und bereitet sich währenddessen auf neue Angriffe in der kommenden Woche vor. Das Ziel wird vermutlich die Einnahme der Dörfer Kurdyumovka, Selanopylia, Andrivka und Klischivka. In dieser Woche konnte sich die ukrainische Streitkraft allen vier Dörfern wesentlich nähern. Aktuell zieht die ukrainische Seite frische Reserven an diesen Abschnitt, nutzt zudem auch die zwei Pontonübergänge westlich von Klischivka. Mit der Einnahme dieser vier Dörfer hätte die Ukraine die Höhen südlich der Stadt Bachmut vollständig unter ihrer Kontrolle. Bezüglich der nördlichen Flanke gibt es heute keine wesentlichen Updates. Es kommt zu Stellungskämpfen in der Region Jachidne und Berchivka. Am Abschnitt der E40-Straße blieb es heute weitestgehend ruhig. Auch hier werden vor allem in der kommenden Woche aktive ukrainische Angriffe erwartet, nachdem die Ukraine an der nördlichen Flanke Bachmutz noch keine Erfolge erzielen konnte. Etwas nördlicher am Abschnitt Sivirsk-Lisitschansk spricht ein russischer Militärblogger davon, dass die Ukraine aktuell Teile ihrer Reserven in der Region der Stadt Sivirsk konzentriert. Damit behält sich die ukrainische Militärführung vor. Je nachdem, wie sich die Situation entwickeln wird, diese Reserven an den Abschnitt um Bachmut Solidar, beziehungsweise falls sich die Situation um Krimina verschlimmert, an diesen Abschnitt zu verlegen. Die Rede ist von mindestens zwei mobilen Brigaden, die dort konzentriert werden. Zum Abschluss springen wir an den Abschnitt um Karamazinivka. Die ukrainischen Truppen konnten die Russen noch weiter in Richtung Svatowet zurückwerfen. Gegeben russischer Drohnenaufnahmen wurden ukrainische Truppen östlich des Dorfes Novoychorivka beschossen, und zwar irgendwo in diesen Waldabschnitten. Das legt nahe, dass die Ukraine das Dorf Novoychorivka zum aktuellen Zeitpunkt vollständig kontrolliert. Diese Information wird weiter überprüft. In jedem Fall rückt das Dorf nun vollständig in die graue Zone. Bis gestern verlief die Frontlinie in diesem Abschnitt in etwa entlang dieser Linie. Etwas nördlicher erreicht uns währenddessen die Bestätigung bezüglich der Situation im Dorf Nadiya. Die Ukraine hat das Dorf, wie bereits vorgestern vermutet, wieder vollständig zurückerobert und damit einen großen Teil der russischen Erfolge in den vergangenen zwei Wochen neutralisiert. Der hier in dunkelgelb hervorgehobene Bereich zeigt in etwa den Bereich, den die Ukraine hier im Laufe der letzten Tage zurückerobern konnte. Das entspricht in etwa 10 Quadratkilometer. Wie in den letzten Tagen bereits behauptet, hat sich die Situation hier aus ukrainischer Sicht dank dem Einsatz neuer Kräfte ein Stück weit stabilisiert. Und zum Abschluss springen wir noch in Richtung der russischen Hauptstadt Moskau. Die Ukraine startete heute Nacht einen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt. Gegen 4 Uhr morgens erreichten die Drohnen die Hauptstadt. Ein Gebäude im Geschäftsviertel Moskau City wurde nach einem Angriff beschädigt. Die Ukraine setzte laut dem russischen Verteidigungsministerium drei Drohnen ein, wobei eine von der Luftabwehr abgeschossen wurde. Die anderen zwei wurden durch Systeme radioelektronischer Abwehr unterdrückt, stürzten dennoch im Viertel Moskau City ab. Eine Etage eines Hochhauses wurde beschädigt, wie Bilder bestätigen. Wesentliche, möglicherweise militärisch wichtige Objekte wurden allerdings nicht getroffen. Soviel dann zur Situation an der russisch-ukrainischen Frontlinie zum 30. Juli 2023. Wenn dir diese Zusammenfassung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten gerne den Kanal für tägliche Updates abonnieren, gerne auch den Telegram-Kanal abonnieren. Der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Damit hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.